Hallo, Ladies und Gentlemen, ich bin Emma G und ich heiße euch herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us Remastered. Ich freue mich schon so lange darauf, diese Spiele endlich zu spielen und jetzt ist es soweit. Und ja, ich würde fast sagen, ohne große Vorrede, legen wir los. So, new game. Auf. Hm, easy? Nö. Normal? Nö. Hard mindestens. Survival und Grounded. Hebe ich mir vielleicht nochmal auf. Eventuell spiele ich es irgendwann nochmal auf einem der beiden Schwierigkeitsgrade, aber jetzt legen wir mal auf Hard los. Tommy, Tommy, listen to me. He is the contractor. He is the contractor, okay? I can't lose this job. I understand. Let's talk about this in the morning, okay? We'll talk about it in the morning. All right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? What are you still doing up? It's late. What time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Here. What's this? Your birthday. You kept complaining about your broken watch. So, uh, figured, you know. You like it? Honey, this is... It's nice, but I... I think it's stuck. It's not... What? No, 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 no. Oh, ha, ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage, then. Yeah, you wish. Oh, ha, ha. You're not a baby girl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was war das denn alles? Du bist noch nicht ein Fossil, noch nicht Dear Dad, let's see You're never around, you hate the music I'm into You practically despise the movies like I like And yet somehow you still manage with a best dad every year How do you do that? Happy Birthday Pops, Sarah Sehr schön Dann schauen wir uns hier drin noch etwas weiter um Mhm, 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 mhm Gut, hinten gibt's nichts mehr Dann schauen wir uns das Telefon doch einfach nochmal an Kein Signal Gut, dann wecken wir ihn nochmal auf, können wir rennen? Nee Dad? Die Schluft total verpennt Was ist da drin? Das Badezimmer Zeitungen Admittent spikes at area hospitals 300% increased due to mysterious infection Crazed woman killed husband and three others Das ist ok Und was an ob Ich höre stimmen Leichte fernsehen auf Oder Ah, sieht so aus Ich schau erstmal runter Was war das denn? Das war auf jeden Fall Draußen Gut Schauen wir uns trotzdem noch etwas um Das geht ja schon ganz anders Nicht mehr so verpennt Sondern Doch auf einmal Sehr Sehr aufgeweckt Ach Ach, da geht's ja jetzt schon ab Da ist sein Telefon. Ah ja. 8 Miss Calls. Woher bist du? Telefon mich auf meinen Weg. Oh, was war das? Dass er gar nicht in seinem Zimmer oben ist. Das heißt, ich schalte es trotzdem mal rein. Bevor ich irgendwas vergesse hier zu machen. So, mal schauen. Oh! Oh Gott! Was geht da draußen vor sich? Dad? Kann man da aus dem Fenster mal schauen? Gibt es da draußen irgendwas? Ne. Sirene. Scheinbar. Geh halt mal einen Schritt schneller, Mädel. Dad? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Gibt es in der Küche eigentlich noch irgendwas, was man machen kann? Oh, was ist das? Ich gehe nach Hause late in der Nacht. Geh da und Essen. Tschüss. Schau dir in der Morgen. Dad. Wo ist er? Obviamente nicht hier. Okay, rausgehen jetzt mal nicht. Oh Gott, jetzt hat mich die Reflexion von ihm in der Scheibe erschreckt. Das ist sein Büro scheinbar. Da geht's immer so richtig zur Sache. Hör mir. Es gibt etwas schlechtes, und wir müssen hier rausgehen, verstehen Sie mich? Ja. Tell me, komm, komm, komm. Okay. Where the hell have you been? Do you have any idea what's going on out there? I got some lotion. Holy shit. You got blood all over you. Rainline, let's just get out of here. This ain't half the people who say they've lost their minds. Can we just please go? It's all a parasite or something. You gonna tell me what happened? Later. Hey, Sarah. How you holding up, honey? I'm fine. I'm fine. Can we hear us on the radio? Yeah, sure thing. Thanks. No cell phone. No radio. Yeah, we're doing great. A minute ago, Newsman wouldn't shut up. He said where to go. They said, uh, the Army's putting up roadblocks on the highway. No getting into Travis County. We need to get the hell out. Take 71. Did they say how many are dead? Probably a lot. We found this one family unmangled inside their house. Tommy's... Right. I'm sorry. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. First they're saying it's just the south. Now they're going on about the east coast, the west coast. Full hell. That's Louis' form. I hope that some bitch made it out. Are you sure he did? Were you sick? No, of course not. What do you know? They said it's just people in the city. We're good. Didn't Jimmy work in the city? That's right, he did. Fine. Trust me. Alright. Let's see what they need. What the hell do you think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Hey! Hey, stop! 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 Huh. Let me see what I see. Someone else will come along. You should have helped them. I don't know. This is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could. Just backtracking. What the fuck, man? Let's go! Holy shit! Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, I saw it. God damn. Turn here, turn here! Come on, people, move! What are they running from? Get us out of here. I'll try it. We should not go there, where they run away. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through them! Joel! They're behind me too! There, there, there! Hold on! Go! Look out! Look out! Daddy? Hey! Hey! Get back, baby. Get back! Hey! Let me see you! Hey! Hey, let me see you. You need to go around the apocalypse. You need to go around the apocalypse. Oh yeah! Daddy? Come here, baby! Come here, give me your hand! Na dann, lauf, aber schnell Kannst du nicht schneller laufen? Oh mein Gott! Keep running! Na, hier geht's immer richtig zur Sache! Don't look, Sera. Keep looking at me, Vader! We're gonna get Atlas. We're gonna get out of this. Of course we're going to get out of this. Yup. So pretty. Durch die einsame Gasse, wo niemand helfen kann. Natürlich die Tonne umgrauen. Oh! He's dead! Goddammit! We're almost there. We're almost there, baby! They're getting through the fence! Keep going! Find your way! Ich wäre da reingegangen. Aber naja. Oh, oh. Au! What the fuck? Oh, okay. Lauf mal direkt weiter. Ist ja recht. He's dead! He's dead! Goddammit! We're almost there. We're almost there, baby! Ah! They're getting through the fence! Keep going! Find your way out of here! Keep going! Come on! Go! Move it! Go! 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 You got Sarah! I cannot run him! Uncle Tommy? I will meet you there! Hurry! Hurry! Daddy! We can't leave him! Oh! He's gonna be found! Oh! 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 Ah! They're getting close! Dad! Oh! 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 Okay, baby, we're safe. We're safe. Hey, we need help. Stop. Please. It's my daughter. I think her leg's broken. Stop right there. Okay. They're not sick. We've got a couple of civilians on the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Somebody we've just been through hell. Okay, we just need to... I'll go... Please don't... Oh, no. Sarah? Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me. I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I wanna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah? Baby? Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. I know. No. 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 No, no, no. Please. Oh, God. Please. 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 Please don't do this. Please. Oh, God. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. A group calling themselves the Fireflies have claimed responsibility for both attacks. Their public charter calls for the return of all branches of government. Demonstrations broke out following the execution of six more alleged Fireflies. You can still rise with us. Remember, when you're lost in the darkness, look for the light. Believe in the Fireflies. Summer. Summer. 20 years later. Hi. I'm coming. How was your morning? You want one? No, I don't... I want one. Well, I have some interesting news for you. Where were you, Tess? West End District. Hey, we had a drop to make. We... We had a drop to make. Yeah, well, you wanted to be left alone, remember? So I'll take one guess the, uh, whole deal went south and the client made off with our pills. Is that about right? Deal went off without a hitch. Enough ration cards to last us a couple of months. Easy. You want to explain this? I was on my way back here, and I got jumped by these two assholes, all right? And yeah, they got a few good hits in, but... Look, I managed. Give me that. Are these assholes still with us? Well, that's funny. At least find out who they were. Yeah, look, they were a couple of nobodies. They don't matter. What matters... Is that Robert fucking sent them. Our Robert. He knows that we're after him. He figures he's gonna get us first. He's not a bitch smart. He's not smart enough. I know where he's hiding. Like hell you do. Old warehouse in Area 5. Can't say for how long, though. Well, I'm ready now, yeah? Oh, I can do now. Not on. Auf geht's. Let's get them. Well... Well, you're going to do it a few hours left until curfew. Well, we better hurry up then. Curfew? No future. Burn it all down. Why do there have a entrance cản here? Hold on. Halt mir nichts davon, einen Schritt schneller zu gehen. Also die Grafik, ich habe noch gar nichts zur Grafik gesagt, die Grafik ist einfach mal der Hammer. Ich habe zwar leider keine Vergleichsmöglichkeit zur Ursprungsversion, aber trotzdem. Hey, jetzt können wir endlich mal ein bisschen schneller gehen. Fucking die Pig. Jesus. Was ist das? Wie zum Teufel konnte das Gebäude so kippen? Aber naja. Sehr cool. Sehr cool. Boah, das Wasser schaut auch wahnsinnig gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hä? Achso, ich soll einfach weitergehen, nehme ich an. Blades cool. Blades cool. Blades cool. Danke. Lack mich am Arsch, was war das denn? Ah, na endlich. Jetzt kann er laufen. Geht doch. Oh! Hier ist ja noch.. Die Kappe ist une皇isch máxim. Der Magistur wurde einer K Appenst divay. Oh, erperten Sie oss immer wieder weg. Hark, das ist wirklich neugierig. Musik aufh. Ich kann länger sein bis dem Weg liedeln. So Sehr schön Jetzt schleicht er wieder so Wir gehen jetzt durch die Tunnel nämlich an Ach, jetzt kann er wieder laufen Ah, dahinter geht der Tunnel durch Joel, gib mir eine Hand mit dem Gleich Mach mal keinen Stress hier Wie sie sehen, sehen sie nichts Halt an, hilf mir halt damit Ich meine, der Tunnel ist auch total unerfülllich hinter dem Rekal Ich werde es einfach aus dem Rekal Ich werde es einfach aus dem Rekal Sehr spannend Durch die Tunnel, da fühlt man sich gleich wie in Metro Aha Ganze Ausrüstung Sehr schön Tja, muss man wohl gut zielen Okay Vier Schuss Das ist ja nicht wahnsinnig viel Okay 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 So Ich versuchst So Was gibt's hier? Nichts. Gar nichts. Okay. Hm, hier gibt's ja wirklich nix dran, dass der immer so schleichen muss. Wow. Na, hier würde ich sagen, hat sich die Natur über die Stadt zurückerobert. Und das sieht wirklich wahnsinnig gut aus, also das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Ich bin hier in einem Moment. Es ist wie, wir sind auf einem Daten. Well, ich bin der romantische Typ. Du hast deine Weg. Wo ist die Strecke? Es muss hier irgendwo sein. Ich schaue mich jetzt erstmal kurz um. Was gibt's da? Gar nichts. Gut. So viel dazu. Ich würde sagen, die Leiter suchen wir das nächste Mal und erkunden die Stadt einfach weiter und einfach mal sehen, was dann noch so passiert. Also, bis zum nächsten Mal.